Klimafreundlich heißt, fit für die Zukunft, heißt auch grüne Produktion. Und wir sind alle sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Der wesentliche Vorteil im Hinblick auf Nachhaltigkeit, den wir durch die Inbetriebnahme unseres neuen Walzwerkes erreicht haben, ist, dass es ein direkt emissionsfreies Walzwerk ist, und zwar das erste in Europa, was also im Scope 1 keine direkten Emissionen mehr verursacht und damit also wirklich klimafreundlich ist. Der Umweltspekt hier am Standort kann zum einen von Seiten von Feralpi Stahl betrachtet werden, als auch von Seiten der Gesellschaft hier rundherum, also den Einwohnern, den Mitarbeitern von Feralpi Stahl und natürlich dann auch den Angehörigen der Mitarbeiter von Feralpi Stahl. Das Unternehmen hat mit Wachsen sehen, dass auch ich hier in Zukunft viele Veränderungen noch wahrnehmen werde. Und so wird es den jungen Generationen hier in Riesal gehen. Es wird weiterhin hier Stahl hergestellt. Und diese Zukunft wird mit dem neuen Walzwerk B in Richtung gebracht, wo viele andere Werke in Deutschland noch hinwollen, nämlich in diese Emissionsfreiheit in Scope 1 und in Richtung grünen Stahl. Kommerziell wird das Produkt unseres neuen Walzwerkes, diese direkt gespülten Coils, ein wichtiger Schritt sein, unsere Produktpalette zu dekarbonisieren. Deswegen ist dieses neue Werk, was 100% schon grün ist, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um unsere aller Zukunft zu sichern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017